In diesem Video möchte ich einmal über die Sammler beim Krümmerbau sprechen. Der Sammler beim Krümmer ist ein besonders kritischer Part. Da werden die Rohre, also die Abgasführung, führt zusammen und geht dann in den Flansch, beziehungsweise über den Flansch, in den Turbolader. An der Stelle ist es besonders heiß, es pläten besonders viele Verwirbelungen auf und es gibt ein paar Dinge zu beachten. Wer bei uns im Webshop unterwegs ist, sieht, dass es diverse Sammler gibt oder verschiedene Sammler gibt in diversen Preisstufen. Von, ich sage jetzt mal, der Einstiegspreisklasse bis zu extrem teuer. Wo die Unterschiede sind, erkläre ich euch relativ schnell und einfach. Wir haben hier das einfachste Modell. Das ist praktisch, sind das geschnittene Rohre, das ist das, was man auch selber machen kann, die schräg abgeschnitten werden, am Ende abgeschnitten werden und dann verpunktet werden, sodass sie zusammengeführt werden und man sieht dann praktisch die perfekte Form oder ich sage jetzt mal die perfekte Gradzahl, die man so braucht, damit das in den Sammler, in den Turbolader trifft. Man hat dann hier so ungefähr eine ovale Form, sodass es auf den Krümmerflansch passt. Da gibt es dann verschiedene Versionen, T3, T25 etc. Das hat immer mit dieser Größe zu tun, die ich hier dann im Ausgang habe und man hat eine relativ schöne Führung, also eine schöne Spitze hier drin, womit die Abgase nach innen geführt werden. Problematisch an diesem einfachen Sammler ist, dass man hier nochmal alles verschweißen muss. Das heißt, ich muss hier drin alles nochmal verlaufen lassen. Das ist ein bisschen Aufwand, das muss man halt können. Und ja, ich schweiße praktisch, den Endschritt muss ich praktisch selber durchführen. Und ich habe dann natürlich hier immer geschweißte Stellen, die ja dann besonders empfindlich sind im Falle von hoher Temperatur, die ich nun mal an dieser Stelle habe. Um dementsprechend ein bisschen entgegenzuwirken, gibt es die Sammler auch fertig in gegossener Form. Das sieht dann so aus. Hier habe ich natürlich einen schönen Guss, eine ordentliche Wandstärke. Ich habe keine Problematik mit Schweißnähten, die hier sind, weil es ist praktisch schon in einem Stück vergossen und entsprechend stabil. Die Rohrführung ist hier bei diesem Sammler ein bisschen länger. Ob man das jetzt bewusst gewählt hat, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Gibt es aber auch in verschiedensten Formen und Ausführungen. Müsst ihr einfach mal bei uns im Shop schauen. Ändert sich ja auch permanent. Hier ist eine Variante mit einem V-Band-Flansch. Gibt es halt auch mit einem T3-Flansch oder T25-Flansch etc. Und halt auch für Sechszylinder etc. Darauf gehe ich jetzt gar nicht weiter ein, weil wir wollen ja nur die Bauform vergleichen. Was jetzt bei so einer Gussvariante nicht so schön ist, ist die Form, wie die Rohre zusammengeführt werden. Ich habe natürlich hier etwas unsaubere Kanten. Ich habe in dieser Spitze des Sammlers nicht unbedingt einen feinen, sauberen Übergang. Das ist alles geschuldet an der Machform eines Gussbauteils. Und Guss allgemein, sage ich immer, einfach gesagt, ist ein flüssiges Material, was irgendwo reingegossen wird und irgendwo so ein bisschen, ja, ist vielleicht nicht der richtige fachliche Ausdruck, aber es ist so ein bisschen spröde oder ein bisschen poröser, nicht so stabil wie ein Vollmaterial. Und aus dem Vollmaterial gibt es natürlich auch eine Variante. Das ist dann das hier. Mitunter natürlich die teuerste Variante, weil das ist ein Sammler, der aus einem vollen Block Edelstahl, gefräst wurde. Das heißt, man muss sich vorstellen, das war ein Viereck Edelstahl, das wird rausgefräst, ist natürlich super aufwendig für die Fräsmaschine und dementsprechend teuer sind die Produktionskosten. Vorteil hier, ich habe überall saubere Wandstärken, ich habe ganz klare, saubere Linien und Führungen. Es ist alles vorher berechnet worden am Computer, dass hier die Verwirbelungen alle entsprechend gleich sind. Ich habe hier keine unterschiedlichen Durchmesser oder irgendwas durch die Produktion, was sich verändern könnte. Ich habe absolut plane Oberflächen. Ja, es sieht auch wunderschön aus. Jeder muss für sich entscheiden, ob er lieber Zeit oder Geld sparen möchte. Das sind die großen Unterschiede in diesen Sammlern, ob jetzt fertig oder viel selber machen. Und ja, jeder kann für sich entscheiden, ob er ein bisschen mehr ausgeben möchte oder nicht. Und die Auswahl ist bei uns im Shop. Ich hoffe, ich konnte euch an der Stelle ein bisschen weiterhelfen. Weitere Fragen beantwortet unser technischer Support. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.